Ich höre, ich seh gerade ein T-Rex, es ist irgendwo. Dann hörst du sogar richtig. Wir schiessen gerade ab. Ok, ich komme helsend. Irgendwie mit irgendwas. Oh nein, ich komme doch nicht helsend. Ich werde gerade von ganz vielen kleinen Kram. Wow, er ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, ich schiessen gerade mit drauf übrigens. Oh mein Gott, er hat gerade ein Ei auf mich geworfen. Nein! Bist du tot? Ja, fast. Gleich. Ich komme zu dir. Nein, du stirbst jetzt nicht. Ich komme. Nein, ich sterbe nicht. Das war ein anderer, der gerade gestorben ist. Wir sind die ein bisschen anträglich. Ich bleibe mal. Los, lauf! Hinter dir! Ist mir egal. Ich sterbe jetzt für dich. Und jetzt stirbst du bitte für mich. Ok. Ich töte. Ich töte mich für dich. Au! Scheißvieh. Wo ist der T-Rex? Ach so, da ist der Kaffee. Oh, oh. Der T-Rex ist gleich tot. Mist, der T-Rex ist erwischt mich genau hier. Der T-Rex ist gleich tot. Ja, ich schiesse auch weiter auf ihn drauf. Oh Gott, du bist mir ein kleiner Mist. Au! Er ist tot! Oh Gott! Das ist noch der Stegosaurus! Nein, verdammt. Ich brauche dir deine Hilfe, aber du kannst dir nicht helfen. Ich versuch's. Hey, ich bin zu weit oben. Hier kommst du in der Zeitschwellen. Das war schön. Ich schlafe das Spiel? Was? Wer hat das gar mal gelaufen denn nicht? Ok, ich gebe aber nicht auf. So lange haben wir das noch nie geschafft, ne? Noch nicht? Überhaupt nicht. Komm, die Welle machst du ja nicht mehr! Yes! Der ist weg! Er ist nur ein paar Dinos-Killen, dann ist die Wave vorbei. Das war jetzt, aber wir sind richtig gut! Ja, ich glaube aber nicht, aber ich werde nur um neue Waffen zu kaufen, lieber Ashtrace. Jo. Für wieder eine Tod? Oh, ich dachte, falsch! Yes! Wave complete! Ja, ich habe ihn spawnen! Gott schon! Spawn mich, danke schön! Ich habe wieder 3000, das heißt, ich kann ein neues Upgrade kaufen. Yes! Wir sind jetzt bald in Welle 9, oder? So, ich schaue mir einmal... Was hole ich mir denn? Die Waffen kann man auch upgraden, glaube ich, oder? Ja! Wenn ich mich nicht irre... Achso, ja, natürlich! So, ich habe jetzt mal ein bisschen... Melee Damage... Increased! Ich mache jetzt mehr Schaden! Ich jetzt auch! Und habe noch 491 Credits! Ich schnaufe 713! Nur... Oh verdammt, der Generator ist schraubt! Das sind ja eine Menge Waffen! Juhu! Was gibt es denn einmal hier? Was ist das? Geht in Position! Ne, die will ich nicht! Das ist schon viel besser! Geht in Position! Okay, ich brauche Hilfe da! Ich bin gerade am reparieren! Oh mein Gott! Hast du... Siehst du wie viel grosse das es schon sind? Hilfe! Wir müssen da... Wir müssen das Ding reparieren! Verdammt, ich bin gleich tot! Oh mein Gott! Eine Riesen-Kindokutil! Ich bin gleich tot! What the fuck? Was ist das? Ich bin tot! Ich versuche mich gar nicht in Sicherheit zu bringen! Aber ich bin wieder Tiefen zu holen! Was ist das? Ich brauche Backup! Was ist das? Irgendwas piept! Was ist das? Wir! Achso! Der Generator war Schrott! Genau! Ich habe wie gesagt repariert diesen Ding! Aber egal! Ich musste mich selbst verteilen erst mal! Okay! Mal eine super Runde liebe Leute! Jo! Würde ich auch so sagen! Boah! Das war diesmal wirklich... Das war wirklich geil! Jupp! Auf jeden Fall! Wir können gleich weiter machen! Na ja! Bis in der nächsten Folge! Tschüss! Warum? Guckst dir an! Hä? Ach bist du rausgegangen oder wie? Nein! Wo bist du? Ich bin da! Ich bin da! Ich bin gerade verwirrt weil du dich von unseren Leuten verabschiedet hast! Ach hast du mitten drin gesplittet da wie? Ich werde dann irgendwie das Ganze irgendwie zusammenschneiden! Dann haben wir vielleicht eine Folge von 5 Sekunden oder so! Achso! Achso! Ich kann schon irgendwie schauen, dass es funktioniert! Achso! Ich wollte... Ich muss ja nicht alle genau 15 machen! Ich kann die einen vielleicht sehen! Die andere 20! Keine Ahnung! Es ist einfach so, dass es am Schluss endlich irgendwie zusammenpasst! Achso! Okay! Gleiche Map! Gleiches Glück! Oh verdammt! Ich wollte ja auch... Ich bin ja das Haus hoch gerannt! Ähm! Upgrades als erstes Mal kauf ich! Alles andere entzieht mich noch nicht! Scheiss auf Waffen! Scheiss auf Waffen! Scheiss auf Waffen! Super Charm! Ich hole mir als allererstes Mal so eine Pistole und einen Super Charm! Ich habe null Credits! Ich auch! Ähm! Ich trinke schnell was! Dann tue ich es dir gleich, damit ich professionell wirke! So! Gerade rechtzeitig zurück! Vom Trinken! Hurra! Okay! Kommt her! Ihr Dinger! Okay! Es gibt direkt Kohle! Habe ich das Gefühl! 918 habe ich überhaupt! Du? Äh! 825! Ich bin wieder draußen! Okay! Das war jetzt easy! Ja Leute! Und wir kommen auch irgendwie immer besser ins Spiel! Wir schlagen uns eigentlich gar nicht so schlecht! Ja! Ich hole mir jetzt vielleicht das nächste Mal von 5000 ein Damage Upgrade! Okay! Weil das ist etwas, das braucht man! Und das Damage Upgrade dann für 5000! Äh! Und ich denke ich werde die Videos auch nicht allzu lange machen können! Denn ich meine... Es ist ja jetzt zum Zuschauen nicht so extrem spannend! Und da denke ich bin ich bei... Zwischen 10 und 15 Minuten bin ich da glaube ich gut beraten! Und da können die Leute gut einmal ein bisschen zuschauen! Ohne gleich für weg zu klicken! Und weh ihr klickt weg! Ja dann äh... Hol ich Kohle raus! Dann kommt die Emu direkt persönlich zu euch! Mach doch Körstelchen! Was meinst du? Dann kommst du so... Ich folgst so eh nur mal und mach doch Körstelchen! Aber nicht auf der Bär, sondern auf der Bär, wo du uns kein Pail rausholst! Yup! Mega-Kill! Ja, es gibt schon wieder richtig Kohle! Wow, das war echt geil! Ich frage mich woran das liegt! An den Gegnern oder... An den Mitspielern oder... Keine Ahnung! Ich hab schon fast wieder 5000... 3000 hab ich jetzt! Okay, ich hab 3215... Äh 311! Nein, 3211! So jetzt! Wow! Viel zu gut! Du bist so gut... Du bist so... So schlecht, ich weiß! Nee, so ein Spruch, den ich immer wieder bringe! Ja, Schule! Du wirst so schlecht, du solltest Let's Player werden! Also wenn die... Wenn es so ist, dass... Je schlechter man ist, je besser Let's Player man ist, dann... Man ist, dann bin ich der... Beste Let's Player der Welt! Ich bin so schlecht! Ja, und es ist... Viele... Viele glauben auch, dass das Let's Player in einem einfach so... Ganz einfach ist, aber das ist nicht ganz so... Ähm... Man muss sich aufs Spiel konzentrieren, man muss ja noch irgendwas versuchen zu sagen... Äh... Ein bisschen, dass es... Ein kleines bisschen Sinn ergibt... Was meistens auch nicht bei mir der Fall ist... Tut mir leid... Ähm... Die ganze Technik... Das muss man schon auch ein bisschen im Griff haben! Total ein Problem! Au! Bist du tot? Ja! Fast! Oh nein, ich werde... Ich habe mir schon jemanden geholfen... Ja... So, das warst du doch! Man kann sich selber enthelfen... Sonstal... 3.000 ab... ...und... 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 WTF? Ich mag es... Ich mag es einfach immer noch mit den Dinos den Kopf abzuschießen! Wow!